Was haben wir noch auf dem Programm? Hey, mit der Geschwindigkeit, wenn wir uns durcharbeiten, müssen wir für nächste Woche, also für übernächste Woche quasi, schon die nächste Patreon-Abstimmung wieder machen, weil wir alles aufgearbeitet haben. Okay, machen wir Nicky the Home Alone Golf Ball. Ich hab keine Ahnung, was uns hier erwartet. Nicky the Home Alone, da war's doch. Schauen wir mal. Play. Okay, Customization. Ich finde, so ein echter Golf Ball braucht so eine crazy Cyber-Maske und eine 3D-Brille. Achso. Entweder oder. Same. Schnauzer. gibt's einen Falsch. Ja, es gibt Schnauzer. Das ist wichtig. Schnauzer sind wichtig. Wie wär's mit... Sonnenbrille? Korb. Ja, ja. Jetzt kommen wir der Sache näher. Okay. Jetzt ist es Kunst. Aim. X und R increase launch power. B und L. Wahrscheinlich entweder oder. oder? Das klingt seltsam kompliziert. Für einen Golf Ball, der allein zu Hause ist. Nicky. The Home Alone Golf Ball. Ich hab wirklich... Ich hab wirklich... Ich hab wirklich... 22 und 22. Und das Spiel lädt immer noch. Das kann ja wohl nicht sein. Wie komplex ist dieses Spiel. Okay. Good to see you are finally awake. Now, let's get back to business. We need you back to the Golf Club. Wie wär's mit... Wie wär's mit... Wie wär's mit der Stärke regulieren? Ah! Äh! Volle Power. Immer volle Power. Ist eh klar. Ist das... Ist das das Spiel? Ich glaub schon. Das ist quasi ein 2D... Golf... Dingens. Ich glaube... Wow. You don't remember how to get there? That will be interesting. Ich glaub gar nix mehr. Manchmal braucht er echt lang, bevor ich ihn wieder schießen darf. Mhmm. Wo müssen wir hin? Irgendwie kann ich die Kamera bewegen. Muss ich irgendwie alle Basen kaputt machen? Oder... Was ist unser Ziel hier? Das sieht gut aus. Oh oh. Nicht so... Nein, nein. Stopp, 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 stopp. Nein! Oh Gott. Ah, Mann. Bleib jetzt stehen. Okay. Okay. Ich meine, es ist irgendwie eine interessante Idee, oder? Dass man so einen Golf-Plattformer macht. Ein 2D-Golf-Plattformer. Der mich in den Wahnsinn treibt. Aber das ist auch ein Schild. Kein Golfball. Ich brauch einen Fußball. Wo krieg ich denn jetzt einen Fußball her? Warum ist das nicht Nicky the Home Alone Football? Oder Soccer-Football. Je nachdem. Ei, wenn das mal keine Schwierigkeiten mit Lego gibt hier. Das ist aber schon sehr nah dran. So. Ich glaub nicht, dass die Lego-Lizenten haben hier. Ich glaub nicht, dass ich drin bin, schätze ich mal, oder? Bin ich drin? Ja. Ja. Also, ich hab schon... Ich hab schon Skorilla-Renscheiß gespielt. Ich meine... Mein Gott. Ah. Aber hab ich schon frustrierendere Sachen gespielt? Das weiß ich nicht genau. Höchstwahrscheinlich. Ich muss bei Golfgames immer an das auf meinem Nokia installierten Golfspiel denken. Da war ich Profi. Hahaha. Ich hab sehr viel Mario Golf gespielt. Das erste Mario Golf. Das war richtig gut. Weil das war eine Golf-Simulation. Und zwar eine ziemlich coole eigentlich sogar. Eine ziemlich gute. Und dann haben sie irgendwie so Powershots eingeführt und so komische Gimmick-Sachen. Und... Hat mir nicht mehr gefallen. Aber das Original Mario Golf hat mir überraschend viel Spaß gemacht. Dafür, dass es Golf war. Hahaha. Na komm schon. Wie? Wie? Wie soll das gehen, Niki? Sagen wir das mal. Jetzt hab ich die extra... Was ist das? Kriegt er von mir extra die feinsten Perücken. Und dann... Wie dankt das mir? Nicht. Vor allem muss er manchmal komisch lange... Muss ich manchmal komisch lange warten, bevor ich wieder... Wolfen darf. Meint ihr, ich kann auf so einem Fächer landen? Und dann transportiert mich der? Nein, Niki! Was machst du mit mir? Ich werd wahnsinnig. Was war das mit nem roten Ball? Ja, genau. Den Golf... Das kenn ich, glaub ich, nicht. Ich hab nur immer Snake gespielt. Auf den alten Nokia-Handys. Ach, come on. Ich hasse dich. Von allen Golfbällen... Bist du der... Blödste. So. Jetzt hab ich's gesagt. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Was für eine Wendung. Nein, 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 Niki. Hahaha. Ich glaube... Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man hätte das vielleicht ein bisschen... Nee, vielleicht... Ich weiß nicht. Okay. Das ist echt furchtbar. Ja! Oh mein Gott, wir sind frei. Oh mein Gott, wir sind frei. Jetzt fähr' ich fast wieder ins Haus gerollt. Wo muss ich denn hin eigentlich? Ich wär' jetzt echt fast wieder ins Haus gerollt. Ich dachte, ich muss über die Mauer springen. Aber irgendwie müssen wir nicht über die Mauer springen. Was müssen wir denn dann? Oh, wie du... Wie? Wenn ich wenigstens so einen kleinen Schritt gehen könnte. Wenn ich mal mit minimaler Power... Oh, vielleicht nicht ganz so minimale Power. Ja! Stopp jetzt! Stopp, 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 stopp. Okay, voll aufpumpen und... Piu! Okay. 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 Ich glaub, wir kommen der Sache näher. Einmal noch, Niki. Einmal machen wir das jetzt noch. Und dann ist Schluss. Es ist wenigstens irgendwie entspannt. Wenigstens hat es einen ruhigen, angenehmen Soundtrack. Ach, Niki. Du bist... Echt irgendwie komisch. Naja. Oh mein Gott! Nein! Na gut. Hat Potenzial, das neue Mario zu werden? Schauen wir mal zum nächsten Spiel. Auf unserer Liste. Was haben wir denn im 24-Stunden-Stream nicht gespielt? Bei manchen, die wir heute gespielt haben, würde ich sagen, zum Glück. Oh mein Gott. Ja, geht müdde. Auch wenn du bist, sind Sie, der Sagen학, oder? brunnen rubbing ... Da das ist echt, the ... Ja. Wenn denn ...